Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute gibt es dann wieder ein neues Highlight Video und zwar vom Solo Cup, den ich am Donnerstag gespielt habe. Ich werde heute wieder alle Runden reinschneiden. Schreibt mir aber gerne mal in die Kommentare, ob ich es wieder so wie gestern machen soll, also nur die guten Runden reinschneiden soll. Oder ob ich weiterhin alle Runden reinschneiden soll. Oder macht einfach mal bei der Abstimmung mit, wenn ich sie nicht vergesse. Würde mich auf jeden Fall freuen. Außerdem, ihr werdet kommentiert und teilt natürlich gerne das Video und lasst ein Abo auf diesem Kanal. Da würde mich auf jeden Fall extrem supporten und nachher wird es natürlich auch wieder einen Livestream geben auf Twitch. Und zwar zur nächsten Solo Halbzeit. Gestern gab es ja auch schon eine Solo Halbzeit. Heute ist das Ganze wieder ab 18 Uhr. Wir werden natürlich schon deutlich früher streamen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du dort vorbeischaut und ein Follow dalasst. Und dann viel Spaß mit den Highlights. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. 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 Mann, 2,23er. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Oh, jawohl. Session. 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 No way. Nein! Oh, schade. Oh, schade. Oh, schade. Ich werde auf einmal hinten um den Berg rum oder auch nicht. Oh, schade. 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 Oh. Okay. Okay. Oh, jawohl. Okay. 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 Okay.